Hallo Leute, wir sind unterwegs im Dallembergbad Würzburg und Kämmer stellt mir die erste Frage, bitte nicht Stimme, es kann mal raschen, wenn es geht, also letztes Mal, Murat, weißt du was du jetzt machst, du gehst es da rüber, zu den Mädels, da vorne und legst dich einfach hin, einfach hinlegen, bei den drei oder was? Ja, du musst nichts machen, einfach, leg dich hin, leg dich hin, hey, aber die sind wahrscheinlich nicht minderjährig, doch, die sind minderjährig, du musst machen, leg dich einfach hin, hey, was wird denn? Giderin, ja, ja? Ja. Alter, ben gel Market Bora, Lachen Ja, das war das. Ja, das war das war. Lachen Lachen Ach so, ich bin mir im Glück, ich bin. Ja, das war ich. Gidigst du. Biskofat, die ich bin. hehehehe heheh hehehehe kapatschud